Hallo meine Freunde, ich möchte euch heute ein Spiel aus meiner Kindheit zeigen, das habe ich früher vor mehreren Jahren meinen Schwestern und Freunden zusammenspielt und das ist einfach nur Kult, so ist ein Remake mit einem alten Frogger, das ist halt schon ein bisschen besser Grafik, aber es ist trotzdem sehr geil, es wird nur eine Let's Show, ich möchte es euch einfach nur einmal zeigen, einfach dass man es nicht vergisst, ich gucke gerade mal, ob man hier die Lautstärke noch ändern kann, so, das ist einfach besser, und da freue ich es nochmal, ich habe es jetzt auch schon mindestens 14 Jahre nicht mehr gespielt, also mal gucken erstmal, ausprobieren, ich fange erstmal oben an, über die Größe des Bills, da kann ich leider nichts mehr dran erinnern, maximal ist das Spiel mit 640 zu spielbar, deswegen, muss ich das leider so lassen, so, da sind wir schon, und go Frogger, ah, sind das Erinnerungen, sind das Erinnerungen, zack, oh, das war jetzt wohl nicht so gut, versuchen wir es gleich nochmal, und schnell durch, zack, zack, da habe ich den ersten, ja, in dem Level geht es wohl darum, die anderen kleinen Frösche einzusammeln, ich hatte zu Beginn wohl 4 Level, äh, 4 Leben, die sind jetzt, äh, da ist jetzt 1 schon weg, die Schildkröten können auch zwischendurch untertauchen, da muss man auch ordentlich aufpassen, dass man nicht da drauf sitzt, also, kleines Bild ist man gar nicht mehr gewohnt, äh, das ist schon, so, ist das, rüber, 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 und jetzt dahin, und wir schnappen uns den Blauen, super, zack, was ist das, ich weiß nicht, ich gehe da mal nicht hin, ah, jetzt ist eine untergetaucht, sag ich doch, das ist das Problem, so, rüber, 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 zack, das ist nur auf den grünen, ich weiß noch nicht, ob ich das gleich komplett laufen lassen werde, oder ob ich das zusammenschneiden werde, ein bisschen, aber das werdet ihr dann sehen, wenn es fertig ist, na, ah, sieh die wieder runtergetaucht, ach ja, so, das war nicht, das ist ein Stein, und, komm, 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 ein Holz, ein Holz, ja, geschafft, ich glaube, das war es dann jetzt, oder, genau, geschafft, machen wir noch das zweite Level hier rein, los geht's, jetzt sind mehr Autos, ne, doch, da kann ich nicht mehr so schön durchrennen, wie gerade, ah, daneben gesprungen, zack, zack, was habt ihr denn so früher gespielt, ich habe zwar noch mehrere Spiele gespielt, aber das war unter anderem eins, was ich am meisten gespielt habe, zumindest, wenn wir mehreren Leuten waren, da sagst du jetzt, es geht eine Tastatur dran, das war immer, ich denke mal ein Bild für die Götter, ich würde das gerne heute noch mal sehen, weil wir leider keine Fotos davon, so, geschafft, weil ich mit der Zeit, ist aber echt ganz schön knapp, also, also, ich meine, es klappt immer noch ganz gut, aber, dann darf sich jetzt auch nicht so lange hier aufhalten, nein, ah, ich dachte, es ist ja schon zu spät, ich dachte schon, es frisst mich jetzt auf, ich habe schon den Atem angehalten, oh, ah, Auge, weg, weg, zack, jetzt gehe ich mir da oben, schnappen, rufig, ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es, sieht gut aus, sieht gut aus, ja, hat geklappt, klasse, ich glaube ich bin gar nicht so schlecht, oh, das war knapp, ich teste was die da machen, ok, das spiel ich mit, warum, ich springste jetzt auch so dir, das geht auch, jetzt schnell, ja, sauber, ich glaube, das war wieder alle, ne, das ist gut, genau, geschafft, jetzt sind wir drei, oder ich komme jetzt, ich gehe nochmal zurück, jetzt kann ich hier entweder durchgehen, oder ich gehe schon mal ins nächste einfach mal, hier, das kann ich dann runter, ok, da gibt es noch mehrere, dann zeige ich mal mal das Level 1, Lillys Island, oder Island, mal gucken, ich weiß gar nicht mehr, was man da genau machen musste, ok, 90 Sekunden, das wird auf jeden Fall größer sein, ich spring mal drauf, und jetzt, ich spring mal da drauf, ich spring mal hier runter, so war das, ok, doch, das funktioniert, und jetzt, kann man irgendwie doppelt, komm mal da drauf, ich lasse es, ok, ich glaube, ich darf mir jetzt nur ein Feld, oder warum geht es jetzt hier, also, wenn ich jetzt was falsch mache, tut mir leid, ja, das ist schon wirklich sehr viele Jahre her, da ist, oh, das hat funktioniert, das nenne ich doch mal, gezielt, ok, hier geht es auch lang, ich will aber eigentlich noch, und jetzt geht es mal wieder da drauf, und guck mal, wo ich hinkomme, muss ich irgendwo, da oben geht es an, Schildkröten, 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 aber ich glaube, das war nicht so gut, Autosprung, ah, ah, es geht, ich weiß gar nicht, was ich machen muss, ich kenne das Level gar nicht mehr, war hier noch etwas, na, das ist nichts mehr, tschö, das kommt davon, wir haben wahrscheinlich nicht die Beschreibung, die ich liest, Stand bestimmt irgendwo, was wir machen, hier war ich jetzt schon, ah, voll depp, naja, ich werde auch noch ein paar mehr, Let's Shows wahrscheinlich machen, und, äh, falls da irgendjemand Interesse daran hat, mache ich da ja natürlich auch gerne ein Display von, nur wie gesagt, ich habe sie gerne, ich habe früher viele Spiele gespielt auch schon, und, äh, wenn man sich nicht konzentriert, ja, und waren einige Gute dabei, und ich will es halt einfach nur mal zeigen, dass man für mich, mein Charakter vielleicht auch ein bisschen besser kennenlernt, was man, was ich so gespielt habe, nur jetzt will ich auch da oben rein, jetzt muss ich gleich irgendwie rüber, kommt da noch was, so wird es nichts, spring mal auf den, ja, ich glaube, der war das, und jetzt fährt der, glaube ich, geradeaus, ne, wo muss ich denn hin, ah, ne, das tut nicht reagiert, tja, game over würde ich sagen, ich würde sagen, das ist schon das schwerste Level, so geht das, manchmal noch Neo, und Ende, so, was ist denn das Herbst Level, da gucken wir mal, von da mal reinkommen, okay, diesen größer, honeybee, es steht aber nichts für eine Beschreibung, also es ist nicht meine Schuld, ich probiere das nochmal, okay, okay, ah, was muss ich denn jetzt machen, was muss ich denn machen, das nicht, ähm, so halb, ich dachte, ich war so gut, ja, ich bin schlecht, irgendwie sind die alten Spiele sehr komplex, wie soll ich denn durchkommen, oder kann ich sie auch essen, probiere ich jetzt erstmal aus, nein, kann ich nicht, hm, vielleicht muss man auch nicht wo hinkommen, es geht nur darum, Punkte zu sammeln, dann war ich wahrscheinlich sehr schlecht, gehen wir mal zum nächsten Level, Zahnräder, das sind, oh, Lava, okay, also, ich werde eh verlieren, schnapp sie dir, ja, was denn, was passiert hier, oder witz da, ich dachte, ich werde schneller, so, da drauf, da drauf, das schneide ich, glaube ich, raus, sag, 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 ähm, jetzt mal da, jetzt mal da, das war da, da, das ist doch, hä, schat, war das alles? ach so, ich muss wahrscheinlich, super, ich habe mich schon gefreut, aber das war dann wohl nichts, ach so, 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 da oben noch ist, ähm, okay, ähm, schaffe ich das? nicht, natürlich nicht, warum auch, also, kann ich nur davon erwarten, dass ich das schaffen würde, ich denke auf die Rohre, ich komme mich nicht, ich versuche es auch erst gar nicht, das wäre zu einfach, zack, da habe ich wieder einen, wahrscheinlich jetzt irgendwie oben in der Mitte oder so, ich glaube ich versuche es mal über den nochmal und dann aber jetzt nicht darum, sondern rechts, da kann man schon der nächste, hm, aber da komme ich ja, da komme ich da hin, so rum, auch von da, zeitgeplöten, oder? Entschuldigung, aber wo brauche ich denn diesen Doppelsprung? oder ist einfach hoch? keine Ahnung, so, darüber, darüber, und jetzt auf den, und auf den, und dann von da aus, auf den, gut, mehr oder weniger gut, ich glaube, wenn ich erst mal, komme ich da hoch, ja, ich wollte noch weiter, okay, aber ich weiß es darum, und dann, ich glaube, das Level schaffe ich sogar, das ist ja, sehr freundlich, boah, das war schnell, das hat mir natürlich nicht viel gebracht, weil ich trotzdem auf den warten muss, ich kann auch da, ich lieber da, was hat das funktioniert, so, ich glaube, das war, ich glaube, das war, das müsste es der sein, da komme ich doch gar nicht, Hä, okay, ach so, ärgerlich, da hin, da hin, da hin, warten, drauf, rüber, runter, ja, das war runter, ich hätte von euch ja auch jemand vorgabe ich gehe mal auf den auswahl so jetzt aber hat der schalter wieder nicht an anstrengendes spiel okay das war's ich habe es aber fast geschafft tut mir leid ich würde sagen die letzten level lasse ich euch aber falls ihr das auch mal spielen wollte dann seht ihr das noch so ein bisschen überraschung drin sagen wir so sind noch drei stück glaube ich ja weil ich könnte wenn höchstens noch dass sie spielen und dann sind da noch 21 da geht das spiele ich noch und dann lasse ich euch die letzten falls mal selber spielen wollt dann habt ihr da noch ein bisschen was drin was sie noch nicht kennt ist sehr witzig mit mehreren leuten ich bin ausweichen sammelt einfach mal sehr einfach also vergleich zu den anderen ich habe jetzt erwartet oder ich habe mir da vorne ist ja logisch er kommt die zeit ab dem man kann es abkürzen mit enter sagt dann renne ich da jetzt mal wieder schnell durch und nur die frage jetzt vielleicht doch ein paar dinger auf bahnen sollen aber okay jetzt weiß wo die schrift wird liegt das licht war natürlich ein fehler von mir direkt alle am anfang zusammen umso schneller möchte ich jetzt das bringt leider nicht leben die sieht man dann aber auch so gar nicht mehr so hier sind die anderen dann geht es auch wieder links und dann habe ich dann noch ein glückchen und rechtzeitig haben wir auch welche oder müssen wir wieder nur viel sammeln da weiß ich jetzt nicht wieviel es werden müssen ich muss auch noch eins kommt bestimmt gleich irgendwas okay da kommen nicht raus auch ja ja dre die fiktik hier adrenalin so waren es alle oder kommt dann noch eine Ich weiß nicht, ich habe das noch nicht welche, ich habe noch keine wieder gesehen. Okay, da werden wohl noch welche sein. Ich gehe jetzt mal rechts rum. Hier müssten wir normalerweise auch noch glühflicher sein. Spinne. 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 Ah, Spinne. Okay. Geschafft. Ein Glück. Hier sind auf jeden Fall keine Glühgefäsen mehr oder zumindest Glühwümchen. Ach du Kacke, dass wir rechts rum gehen sollen. Das ist doch. Ist das der Letzte? Ja, super, das ist der Letzte. Und dann habe ich auch mal wieder ein Level geschafft. Ist das nicht toll? Ich habe das auch erst zum ersten Mal wieder gespielt. Direkt einfach mit euch gestartet. Das ist einfach immer angenehmer, sagen wir mal so. Ist auch für euch, dann ist das nicht so gezwungen, gedrungen. Ach, jetzt bin ich im nächsten Level. Was wollte ich euch zeigen? Nein. Das wird noch nicht gezeigt. Obwohl es sehr interessant aussieht. So, ausmachen. Vielleicht mache ich dann extra Video nochmal von, wenn Leute das so ähnlich spielen wollen und das noch gerne sehen wollen. So. Ja, das war mein Letztshow erstmal über Frogger. Ist schon ein älteres Spiel, ich weiß. Ist ein Remake jetzt von dem alten aus den 80ern. Ähm, ja. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gut gefallen. Und es werden noch ein paar Videos kommen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer, Nacht, wann ihr gerade das Video guckt. Und man sieht sich, ciao.